Hallo Leute und Willkommen zurück bei Minecraft Let's Play ja der letzte in den letzten zwei Folgen muss ich ja mit also da musste ich ja noch war schon doof was soll man machen Prozent holt holt das ist nicht was ich mache vielleicht die Leid 9 und zur Folge habe ich jetzt keinen kein lustig weiß was jetzt machen 4 durch auch noch mal sachen einen Moment mal eben dann tue ich hier auch noch mal ein paar Sachen rein Prozent die Holz Prozent Holzen ich mal ein Stück mit der Kotz der Röder das braucht man den ersten Prochritt ist müssen müssen habe ich was zu essen Nein, aber ich habe ein Brot und dann habe ich drei Joa, Glas brauche ich nicht Ich gehe mal nach oben Hopp, also Und das ist gerade Nacht Tschüss Dann gehe ich noch mal schlafen Ich habe ziemlich niedrige FPS, naja, egal So, gute Nacht, äh, ja Aber, Clara muss ja auch noch fertig machen Kommt noch, kommt noch Ich bin dafür bekannt, dass ich immer mehrere Stellen gleichzeitig machen will und nie das zu Ende führe also so So schon auch schon länger jetzt Köln Köln ab 4 ja ich glaube es ist sowieso schon 1.2 draus so ungeblich auch ja dann wird es schon draus 3 4 vier Tage oder mehr 3 6 die Städte das war das zu kurz aus Prozent 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 K auch ach das ist ja die Siedlung Kürbenskarte das ist nützlich ich bin doch mal gleich stehen komischer Typ hier ist auch ein krumm die Städte die Kasse der Busser das bestimmt aber die die dann muss ich mich die Schädigke immer rechts die lief Riefen bis auch noch bis die Strasse jetzt teilen 5 6 5 6 st kommt nicht raus wir sagen es hat alles zu viel zu spät paar Sekunden das kommt gar nicht klar ich komme also diese schon gar nicht mehr kaufmann ich weiß nicht wie sie ich jetzt hier ich stehe das ist das ist ein halbes Stück das war schon dieser Kurs der der sie sind doch offen hatten das denn so das Prozent ich habe hier uns k k Prozent 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 nicht die ist schon ein bisschen bitte und die die eigenen die die und heiße zu mir auch auf st st k k k k k Prozent das ist ja komisch aus k k k ich möchte nicht mehr die K und die auch mehr was ich habe schon braucht so zu zocken aufzunehmen alles aber kapitel ist das auch manchmal wenn man hier sieht weiß nicht der ganze tagesfähig also so heute nicht schon gar nicht normal aber aber ich sitze hier so richtig fähig schon die ganze Zeit am PC kong was ich durchmache kong was ich durchmache kong 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 Prozent Stau ich wollte es nicht noch mal die Käfer Prozent die KC es ist nicht die jahre hier oder sicherlich Uuuhhh Mann Egal, das mache ich jetzt trotzdem. Ich hab Holz dabei für eine Workbench Ah, wenn ich mal überleben würde ja man könnte schon wieder schon wieder eine Spalte und schon wieder auf den ersten Blick Diamanten dann richtig viel ich ziehe das schon kommen wenn wir hier rausgenommen werden wir übernstecken und so wie mache ich das jetzt 4 6 7 8 8 Stück jetzt schon 15 da war weiter egal ich kann den Ofen machen Ich weiß nicht, was ich will spielen. so so ein Mal Leute was ich jetzt mache ist ein Lager damit will ich hier so ein paar Sachen was ich reinholen kann was wir hier halt fahren in dieser Spalt wer klingelt denn hier ich muss zocken was ich muss zocken aua so zack 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 schon gut ab zack 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 was jetzt auch wichtig ist ist eine Kiste Gold 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 sie ich weiß er ich wie ich das ich brauche sie wie wasser ich weiß hier ist direkt Wasser und 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 nein Leute und 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 also die Sitzung W ich bin erschrocken nicht klar aber drunter Prozent 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 die über das auf 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017